Ich darf euch jetzt auch mal was für die Herren zeigen. Und zwar möchte ich euch mein Poloshirt von der Firma Gantt vorstellen. Das ist so ein bisschen von Figur näher gearbeitet. Und das Besondere hier dran sind so diese leicht gebleachten Kanten, die hier verarbeitet sind. Dadurch bekommt es nochmal so einen sehr modernen Look. Und das ist auch einfach ganz angenehm zu tragen. Das ist reine Baumwolle, so eine klassische Piquetware und geht auch so ein bisschen mit. Also ich fühle mich da auch bei den Übungen, die ich so mache, wirklich ganz wohl. Das gibt es auch nochmal in ganz vielen tollen, unterschiedlichen, frischen Farbtönen. Da könnt ihr auch einfach unter www.peterhahn.de schauen oder bei den Kollegen und Kolleginnen im Kundenservice. Und natürlich auch in der Filiale, da können wir euch nochmal viele schöne Varianten zeigen. Ja und dadurch, dass wir heute ja ein aktives Thema sozusagen gewählt haben, möchten wir auch einfach mal so ein bisschen mit euch in die Aktion gehen. Und ich möchte euch einfach mal so eine kleine Yoga-Sequenz zeigen und ans Herz legen. Weil ich weiß halt eben von den Kolleginnen aus der Zentrale auch und auch aus der Filiale, dass oft abends so gerade der Schulter- und der Nackenbereich so ein bisschen verspannt ist. Und ja, wenn man da so das ein oder andere Zipperlein hat. Und ich zeige euch dann einfach mal jetzt eine Übung, mit der man das Ganze so ein bisschen lockern kann. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr jetzt einfach mal aufstehen. Das ist ganz unkompliziert. Und vor der Kamera sozusagen mit mir live jetzt hier diese Übung zusammen praktizieren. Oder auch eben im Nachhinein euch das nochmal in Ruhe anzuschauen. Und ich werde das jetzt einfach mal ansagen in Kombination mit dem Atem. Das muss ich einfach einmal dabei sagen, weil im Yoga, das ist eine Yoga-Übung, geht es immer darum, Atem und Bewegung in den Einklang zu bringen. Also wenn ihr jetzt aufstehen möchtet, macht das einfach mal. Stellt euch aufrecht hin. Die Füße sind gut geerdet. Die Kopfkrone zieht wie an so einem imaginären Band nach oben. Die Handflächen zeigen nach vorne. Und die Schultern sind auf jeden Fall entspannt, damit wir da wirklich so eine Dehnung und Entspannung kreieren. Und ich starte jetzt mal mit der Einatmung. Bringt ihr die Arme weit über die Seiten nach oben. Hebt den Blick. Die Hände zeigen zueinander. Und ausatmend bringt ihr die Hände zueinander. Zieht die Hände vors Herz und senkt den Blick. Mit der nächsten Einatmung macht ihr eine Bewegung mit den Armen weit zur Seite. Und mit der Ausatmung, ich drehe mich jetzt mal zur Seite, damit ihr das besser sehen könnt, bringt ihr die Handaußenflächen hinter eurem Rücken zusammen. Der Blick senkt sich. Mit der nächsten Einatmung verschließt ihr die Hände hinter dem Rücken. Zieht die Schultern nach hinten. Hebt den Blick. Und ausatmend faltet ihr tief über die Knie nach vorne über euer Becken. Zieht die Hände nochmal so ein bisschen Richtung Decke. Und mit der nächsten Einatmung löst ihr wieder auf. Hebt die Arme weit über die Seiten. Der Blick hebt sich. Und ausatmend zieht ihr die Hände schon wieder vors Herz. Und von hier aus könntet ihr jetzt einfach weitermachen mit der Übung. Also wieder die Arme zu den Seiten. Also die Sequenz vielleicht so drei bis vier Mal wiederholen. Und wenn ihr das einfach mal so zwei, drei Tage abends gemacht habt, denke ich, werdet ihr schon so eine Lockerung und Entspannung im ganzen Nacken- und Schulterbereich spüren. Genau. Das einfach mal so als kleine Entspannungsübung für euch. Felix, das sah richtig toll aus. Danke schön. Da bekomme ich auch Lust, sozusagen direkt loszulegen. Und nach so einer Session, nach einer Yoga-Session oder auch nach einem Workout darf ja der Wellness sozusagen Part nicht fehlen. Und hier ist es wirklich so, dass auch Saunagänge super förderlich für die Muskulatur zur Entspannung sind. Und hier haben wir euch heute ein kleines Highlight für die Dame mitgebracht. Und zwar dieser wunderschöne Kilt. Genau. Ich nehme das mal gerade vom Bügel, öffne das und leg es dir mal um. Total. Also ihr braucht jetzt ein bisschen Fantasie, genau. Weil natürlich hat man keinen Top darunter an, so wie ich jetzt. Also es ist wunderbar. Wie gesagt, eine super leichte Frontierware. Hat an der Seite diese Taschen. Nochmal eine Paspel mit eingesetzt. Genauso wie hier vorne an der Front. Was ihr wissen müsst, ist, der Kilt ist bis Größe 46 One Size ausgerichtet. Dadurch, dass er diesen Klettverschluss hier oben hat, ist er wie gesagt individuell einstellbar. Er hat hinten ein Gummiband, was das Ganze nochmal anschmiegsamer macht und auch wirklich passend. Ganz wichtig, ihr müsst keine Sorge haben. Er ist schrittbedeckend. Auch hier sieht man nichts. Und ich habe, ja, also ich sehe mich schon sozusagen, man darf ja wieder in die Berge fahren, in so einem kleinen Hotel auf der Terrasse liegen. Oh, wie schön. Und das ist halt auch ganz schön, weil man hier nochmal so eine schöne Sonnenfarbe dann kriegt und trotzdem ist man irgendwie nicht ganz so nackig. Ja, und so ein Wohlfühleffekt, glaube ich. Ja, total, total. Also wirklich ganz softes Frontierware, sehr schön. Ja, cool. Richtig funktional und kuschelig. Genau. Ja, und an der Stelle freue ich mich auch einfach noch einen schönen Artikel aus der Heimtextilien-Kollektion sozusagen zu zeigen, weil da ist die Nachfrage in den Filialen auch immer groß und wir bestellen das dann auch gerne. Also da gibt es wirklich ein großes Angebot auch bei Peter Hahn. Und haben wir hier jetzt einfach mal das türkisfarbene Badetuch von der Firma Job mitgebracht. Das ist ganz kuschelig weich, so eine klassische Frotteeware aus reiner Baumwolle. Das Job-Zeichen ist hier klassisch eingearbeitet, wendeseitig, also wenn ich das mal drehe und das ist wirklich ganz schön kuschelig und flauschig. Und ja, auch einfach für die Herren, habe ich jetzt mal gedacht, weil wenn es ja auch um das Thema Sauna geht, also da das eine schöne Größe hat, ich lege mir das dann auch einfach gerne mal so um. Ja, und ja, ist halt eben groß genug auch, dass es nicht irgendwie runterrutscht. Genau, da können wir halt mal hier im Katalog auch zeigen, was für eine tolle Farbpalette. Wir da auch anbieten können, also hier in diesen schönen fünf Farben. Könnt ihr aber auch einfach nochmal online schauen oder www.peterhahn.de. Und es ist so weich auch hier, die Qualität ist super soft, also wirklich wunderschön. Trägt sich echt ganz angenehm. Ja. Und vielleicht geht es euch auch genauso wie mir, wenn man gerade super entspannt aus der Sauna kommt, von einer Massage oder so. Dann bin ich jemand, der nicht so gerne wieder in seine Alltagsstraßenkleidung möchte, sondern habe es immer gerne noch ein bisschen kuschelig, weich. Ja, ja. Und hier habe ich euch noch zwei Artikel mitgebracht. Fangen wir doch mal mit dem süßen Hoodie an, von der Firma MyBC. Also einmal, wie gesagt, ein Kapuzenhoodie. Was super süß gemacht ist, ist dieses Band für den Tunnelzug sozusagen. Mit einer leichten Lorex und mit einem Mittelstreifen ist so ein schönes Rosenholz. Was auch hier ganz toll ist, es hat hier unten ein Gummibund am Bündchen, sozusagen ein Bubblehelm. Den kann man auch hier individuell gestalten, ob ihr da wieder shoppen wollt, über der Hüfte oder ob es runter bis zur Hüfte zieht. Am Ärmel hat es ein verlängertes Bündchen, auch hier wirklich super soft. Ihr könnt es dann nochmal krempeln, wenn ihr das lieber ein bisschen kürzer haben wollt. Aber es macht dadurch auch wirklich einen schönen Arm. Der Arm ist ein racklangen Arm, der eingesetzt worden ist. Und das absolute Highlight für mich ist diese leicht angeraute, super softe Ware innen drin. Also ich weiß, ihr seht es leider nicht und ihr könnt es auch nicht fühlen. Aber ich verspreche es euch. Es ist so weich, wie so ein flauschi Teddybären, den man da gerade kuscheln will. Und es ist dadurch wirklich sehr angenehm auf der Haut. Und das Schöne ist, diesen Streifen aus dem Tunnelzugbändchen, den finden wir auf der Hose, die passend dazu ist. Genau, ich nehme das mal. Dieser tolle Galonstreifen hier an der Seite. Das ist sozusagen das Verbinderteil von dem Oberteil zu dem Unterteil. Auch hier wirklich in diesem schönen Rosenholz. Es hat Seitentaschen, die aber wie gesagt vorne aufgesetzt sind. Also auch hier sehr schön. Ich halte es einmal vor, damit ihr es euch vorstellen könnt von der Länge. Wie gesagt, ich bin 1,63. Also bei mir geht es wie gesagt bis zum Knöchel. Also eine wunderschöne, softe Hose. Und auch hier haben wir wieder diese leicht angeraute, super softe Innenverarbeitung. Also wenn man nicht den Wellness oder der Sauna da sozusagen sein Favorite hat, dann ist es auf jeden Fall was, was man zu Hause super entspannt auch super anziehen kann. Das ist doch total schön. Also wirklich, also kann man sich schön einmuckeln. Total, total. Ja und vielleicht können wir an der Stelle einfach nochmal erwähnen, wir können das nämlich gleich nochmal hier im neuen Katalog zeigen. Das wollen wir auch mal an der Stelle zeigen. Das ist nämlich der neue Herbst-Winter-Katalog, der jetzt mittlerweile draußen ist. Hammer, oder? Was für ein tolles Foto. Also da kriegt man doch direkt Lust auf neue Herbst-Winter-Mode. Total, ja. Und genau, da haben wir nämlich hinten nochmal das schöne Outfit, was du gerade gezeigt hast, Maria, abgebildet. Und ich finde, hier sieht man auch nochmal richtig schön, ja, die Varianten, die es da halt eben noch gibt. Es gibt das Ganze ja auch nochmal in diesem Blumenprint. Ja, auch ein sehr schöner Print. Und auch nochmal unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten, die hier einfach gezeigt sind. Das Schöne ist, den Puddy, den ich euch gerade gezeigt habe, gibt es auch nochmal in dem Rosenholz und auch in dem Marineton. Also wirklich super schön. Und natürlich, wie Felix schon sagte, in dem tollen Print. Ja, auch nochmal eine Alternative. Und ich finde, wenn wir das ja gerade hier schon im Katalog zeigen, können wir einfach mal eine Seite weiter blättern. Was haben wir da? Meine absolute Lieblingsseite. Genau, dein Outfit. Genau. Und auch hier nochmal schöne Alternativen und Varianten. Es gibt die Hose auch nochmal in so einem Farb- und Muster-Mix, sage ich jetzt mal. Ja, total. Aber es ist auch super angesagt, das geht gerade durch die Decke. Ja, oder hier halt eben mit dem Türkis kombiniert, was ja als Alternative zu dem Gelb noch einfach nochmal ganz toll dazu aufgegriffen ist. Ja, also nochmal viele schöne Varianten. Wenn ihr den Katalog nicht zugeschickt bekommt und aber gerne einen Katalog haben möchtet, dann könnt ihr super gerne bei uns im Kundenservice anrufen. Ja. Und im Kundenservice anrufen und aber auch, wie gesagt, online unter www.peterhahn. Dann kriegt ihr den natürlich zugeschickt. Und selbstverständlich haben wir natürlich in den Ferialen die Kataloge auch für euch ausgeliefert. Ja, genau. Genau. Ja, dann sind wir schon wieder durch. Wahnsinn. Ja, ja. Heute mal ein bisschen andere Sendung, ein bisschen aktiver, sportlicher. Ich fand das super schön. Total. War doch einfach mal was anderes. Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, diese neue Herbst-Winter-Kollektion ist wirklich wunderschön. Ich kann sie jedem nur ans Herz legen. Also wirklich, wirklich super tolle Artikel. Ja. Und vergesst auch hier nicht unser Goodie, den Rabattcode SUMMER20. Einfach im Warenkorb angeben unter www.peterhahn.de oder bei den Kolleginnen und Kollegen im Versandhandel oder natürlich auch in den Filialen. Da bekommt ihr definitiv das Goodie die 20%. Genau. Wichtig ist hier nochmal, Summer ist das englische Sommer sozusagen. Also mit einem U und nicht mit einem O. Also ganz wichtig. Sonst wird der Rabatt leider nicht abgezogen. Genau. Genau. Dann war es das auch leider schon von uns. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Shoppen und Stöbern. Ja. Diese schönen Artikel könnt ihr natürlich, haben wir wieder für euch zusammengefasst. Einmal unter www.peterhahn.de. Da findet ihr wie gesagt jeden Artikel oder alle Artikel, die wir euch heute vorgestellt haben. Ja. Ihr findet aber auch auf unserem Magazin eine Seite zu aktiv im Sommer, at enjoy at summer. Da haben wir euch auch noch tolle Sachen zur Verfügung gestellt. Also schnuppert einfach bei uns rein. Wir freuen uns sehr darauf. Und schreibt uns auch gerne mal Feedback in den Chat. Schreibt auch gerne mal, ob ihr den Schultergruß mal praktiziert habt und ihr da eine Besserung oder was Angenehmes gespürt habt. Wir freuen uns wirklich über Feedback von euch und vielleicht auch mal ein Outfit. Total. Super gerne. Was ist euer Peter Hahn Aktiv Outfit? Genau. Ja, auch total interessant. Ja. Also in dem Sinne, kommt zu uns. Wir freuen uns. Wir sind für euch da. Ja. Genau. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend. Ja. Und sehen uns beim nächsten Mal. Wir freuen uns schon sehr drauf. Genau. Also bis bald. Tschüss.